Reva van Keuk ist Diplompsychologin im Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf und dort ist auch Leitung in der Leitung des psychologischen, psychotherapeutischen Teams. Und wie Frau Zimmer schon sagte, wer von Ihnen länger dabei ist im Bundesprogramm, hat sie vielleicht auch in Osnabrück schon mal gesehen bei unserer ersten von vier Präsenzimpulstagungen, die wir hatten. Und auch dort hatte Frau van Keuk uns von ihren Erfahrungen aus dem Psychosozialen Zentrum berichtet und wir sind ganz gespannt, was sie heute zu berichten hat und freuen uns auf ihren Vortrag Geflüchtete Familien in Corona-Zeiten unterstützen. Aktuelle Erfahrungen in der Begleitung von Familien mit Fluchthintergrund in der Pandemiesituation. Und herzlich willkommen, Frau van Keuk. Ganz vielen herzlichen Dank und guten Morgen. Ganz vielen herzlichen Dank auch für die einleitenden Worte von Frau Damme und Professorin Zimmer. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich wieder die Gelegenheit habe, mit Ihnen da konkret in Kontakt zu treten und mich mit Ihnen auszutauschen über ein Thema, was uns sehr, sehr am Herzen liegt. Ich freue mich ungeheuer so aus der Ferne auch zu beobachten, wie sich das ganze Bundesprogramm entwickelt und bin daher auch ganz gespannt, mit Ihnen nochmal in einen konkreten Austausch zu kommen. Ich werde jetzt zunächst die Präsentation hochladen bzw. den Bildschirm freigeben. Das kann einen Moment dauern, weil das doch eine recht umfangreiche Präsentation ist, die ich auch gerne Ihnen im Anschluss zur Verfügung stelle. Ich kann Ihnen, während wir jetzt gemeinsam auf die Präsentation warten, schon mal ein bisschen berichten, was Sie da erwartet. Ich würde Ihnen gerne am Anfang nochmal kurz einen Einstieg ermöglichen über die Fluchtrealitäten. Professorin Zimmer hatte das bereits angedeutet, dass es dort ist, dass wir bald den internationalen Flüchtlingstag haben. Am kommenden Sonntag ist das. Ich muss jetzt gerade gucken, es funktioniert hier noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Genau, vielen Dank. Und noch einmal in den Präsentationsmodus, bitte. Ganz genau. Wir hatten noch einen Probelauf. Da bin ich auch liebevoll eingeführt worden in diese ganze Thematik und wenn es dann so sein muss, dann funktioniert es oft leider doch nicht. Es tut mir leid. Okay, das erwartet Sie in dem Vortrag. Einen kurzen Einstieg. Dann möchte ich aber direkt loslegen mit den direkten Zitaten von unseren geflüchteten Klienten und Klientinnen. Ich würde Ihnen gerne die Belastungsfaktoren, aber auch die Ressourcen nochmal vorstellen und dann abschließend konkreten Tipps. Und wir haben mindestens eine Viertelstunde Zeit, wenn nicht mehr, um uns dann nochmal miteinander auszutauschen. Darauf bin ich ganz besonders gespannt. Das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf ist eine Nichtregierungsorganisation. Wir arbeiten im Schnittfeld Gesundheit, Sozialwesen und Menschenrechtsorganisation. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, arbeiten in einem großen interdisziplinären und internationalen Team mit mehr als 40 Festangestellten. Sie können sehen, dass wir da wirklich relativ international aufgestellt sind und das erleichtert enorm. Das erleichtert insbesondere nochmal den direkten kollegialen Austausch und auch, dass ich zum Beispiel als Mehrheitsangehörige in Deutschland nicht an eine sogenannte Kulturalisierungsfalle tappe und bestimmte Dinge, die mich irritieren, darauf zurückführe, dass ein Mensch woanders geboren ist. Wenn ich dann direktes Feedback bekomme von meiner psychologischen Kollegin aus Ägypten, dann ist das manchmal enorm hilfreich. Wir arbeiten darüber hinaus aber auch mit SprachmittlerInnen in mehr als 30 Sprachen mit den Geflüchteten und bieten Beratungen, Diagnostik, Psychotherapie, Begutachtung und auch die Hilfen zur Erziehung an. Für jährlich 750 Klientinnen, die ungefähr 600 Familienangehörige mitbringen, die wir direkt mit einschließen unseren konkreten Angeboten und wir unterstützen weitere ca. 700 Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften durch eine niedrigschwellige aufsuchende Unterstützung. Ich möchte an der Stelle noch einmal sagen, Sie hier in der Runde sind die pädagogischen Experten und Expertinnen. Ich bin Psychotherapeutin und arbeite vorwiegend mit Erwachsenen, auch mit Jugendlichen. In meiner konkreten Arbeit tauchen insbesondere die Eltern auf und wir sind strukturell eingebunden in Beratungsprozesse für das Integrationsministerium in Nordrhein-Westfalen und daher sehr mit involviert in die Corona-Situation in den großen Gemeinschaftsunterkünften. Bei uns im psychosozialen Zentrum haben wir drei Kinder- und Jugendlichen-PsychotherapeutInnen und den großen Bereich der Hilfen zur Erziehung. Das sind vor allen Dingen unsere pädagogischen Experten, bei denen ich mich natürlich vorher auch noch mal schlau gemacht habe, wie da die aktuellen Beobachtungen sind und das möchte ich auch gerne mit Ihnen teilen. Wir erhalten jetzt am Sonntag erst die aktuellen Zahlen für das Jahr 2020. Die werden immer an diesem Juni-Tag veröffentlicht vom UNHCR. Ich kann Ihnen jetzt einige Zahlen, einige Schätzungen zu 2020 schon mal mitteilen und insbesondere den Rest der Zahlen, die beziehen sich auf 2019. Wir haben einen traurigen Rekord. Tatsächlich ist es so, dass wir seit vielen, vielen Jahren stetige Anstiege der Flüchtlingszahlen weltweit beobachten. Mitte 2020 waren über 80 Millionen Menschen auf der Flucht und zu keinem Zeitpunkt hatte der UNHCR mehr Geflüchtete weltweit verzeichnet. Wichtig dabei ist, diese Menschen wollen nicht alle nach Deutschland. Das ist noch mal ganz wichtig, sich das immer wieder zu realisieren. Die meisten von ihnen sind Binnenvertriebene oder weitere Vertriebene und nur 4 Millionen von den 80 Millionen sind tatsächlich Asylbewerberinnen. Binnenvertriebene bedeutet, diese Menschen verlassen noch nichtmals ihr eigenes Land. Also sie bleiben in den eigenen Landesgrenzen, müssen aber aufgrund von Übergriffen, wir erleben das im Moment beispielsweise in Äthiopien, ihr angestammtes Land verlassen und woanders hingehen und sind daher auch auf humanitäre Hilfe angewiesen. So wie 30 Millionen Vertriebene, die es aber oft dann nur direkt über die Landesgrenze schaffen und daher eben auch häufig einfach im Nachbarland in der Grenze verharren müssen. Also nur 4 Millionen haben die Chance, überhaupt einen Asylantrag zu stellen. Drei von vier Geflüchteten leben, wie gesagt, im Nachbarland und 40 Prozent der Geflüchteten sind unter 18 Jahren. Also wenn sie sich um die minderjährigen Geflüchteten, um die Kinder, um die geflüchteten Kinder besonders kümmern, dann tun sie daran gut, denn es ist ein sehr großer Prozentsatz der Geflüchteten, auch derer, die in Deutschland ankommt, tatsächlich unter 18. Seit 2010 haben sich die Flüchtlingszahlen weltweit fast verdoppelt und die aktuellen Herkunftsländer zu 2019 waren Syrien, Venezuela, Afghanistan und Südsudan. Sehr, sehr viele der Menschen aus Afghanistan zum Beispiel befinden sich im Iran oder auch in Pakistan und es gab auch große Abschiebewellen aus diesen Ländern. Die Hauptaufnahmeländer sind Türkei, Kolumbien, Pakistan, Uganda und dann kommt an fünfter Stelle immerhin Deutschland mit ungefähr 1,1 Millionen Geflüchteten, die wir 2019 aufgenommen haben. Die meisten Binnenvertriebene, also diejenigen, die im eigenen Land Schutz suchen, aber jenseits von ihrem angestammten Zuhause leben in Kolumbien, Syrien, der Demokratischen Republik Kongo, Jemen und Somalia. Sicherlich kennen sie die Bilder, insbesondere auch aus Syrien, der großen Flüchtlingslager, die zum Teil in sehr unterschiedlichem Zustand sind. Auch wenn wir über die Türkei sprechen, ist es sehr, sehr unterschiedlich, unter welchen Bedingungen dort die Geflüchteten leben. Im Iran beispielsweise, wo ich persönlich einmal vor einigen Jahren gewesen bin, müssen die afghanischen Geflüchteten sich einfach alleine durchschlagen und genießen auch kein besonders hohes Ansehen in der Bevölkerung. Das bedeutet, die Situation, die wir hier in Deutschland haben, unterscheidet sich ganz erheblich von den Situationen natürlich in diesen Ländern. Die Fluchtwege haben sich durch die Corona-Pandemie natürlich auch nochmal verändert. Also wenn wir über die Pandemie sprechen, über die Belastung der Familien hierzulande, über die Einschränkung der Kinder, Professorin Zimmer sprach eben davon, wie wichtig es ist, dass die Kinder draußen spielen können, dann sind das Probleme, die natürlich die geflüchteten Kinder ganz genauso betreffen. Aber darüber hinaus wurden die Fluchtwege deutlich erschwert. Viele Grenzen waren zeitweise komplett geschlossen. Viele Asylverfahren wurden gar nicht ordentlich durchgeführt. In Deutschland zum Beispiel haben wir allein 28 Prozent weniger Asylverfahren, was vorwiegend auch damit zusammenhängt, dass tatsächlich auch die Behörden nicht so arbeiten konnten, wie sie das gewohnt waren, so wie möglicherweise auch einige von ihnen in Leitungspositionen sehr viel Homeoffice gemacht haben. Für Geflüchtete war und ist insofern Corona überhaupt nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern vor allen Dingen eine existenzielle Bedrohung, die eben über dieses Gesundheitsrisiko hinausgeht. Grundsätzlich müssen wir feststellen, dass die Fluchtwege über Land und Wasser insgesamt schlichtweg lebensgefährlich sind. Legale Einreisewege gibt es fast keine und die Geflüchteten sind in der Regel auf Schleppe angewiesen. Ab und zu gibt es die Diskussion, Sie haben das sicherlich mitverfolgt. Einige Kommunen in Deutschland haben gesagt, wir möchten Geflüchtete aufnehmen, zum Beispiel aus dem Flüchtlingslager in Moria, während aber dann die Bundesregierung sagt, nein, das muss bundesweit geregelt sein und europaweit muss es verteilt werden. Und diese schwierigen Aushandlungsprozesse führen oft dazu, dass im Prinzip fast niemand der Geflüchteten eine Chance hat auf eine legale Einreise. Es sind immer nur sehr, sehr kleine Kontingente, die diese Chance bekommen. Das Problem daran ist, dass Geflüchtete weltweit insofern von vornherein auf kriminelle Strukturen angewiesen sind. Das sind also insofern keine Organisationen, die Menschen retten möchten, sondern es sind sehr häufig auch mafiöse Organisationen, die einfach nur versuchen, so viel Profit wie möglich herauszuschlagen. Also die Traumatisierungen, die zum Teil auf diesen Fluchtwegen stattfinden, sind wirklich enorm. Und wir müssen das immer wieder wissen, wenn wir zum Beispiel Bilder malen oder von Ruhebildern sprechen oder mit Flüchtlingskindern einen Waldausflug machen möchten. Möglicherweise sind Wälder sehr negativ besetzt, weil die Familie vielleicht im Nordosten Marokko sehr lange in den Wäldern verharren musste unter Plastikplanen. Im Winter ist es auch dort kühl mit täglicher Androhung von Gewalt durch die Organisatoren vor Ort. Dann ist Wald nicht positiv besetzt. Genauso wenig wie Meeresrauschen oder Wasser. Also ein beruhigendes Bild in einem Therapieraum oder einem Beratungsraum mit einem Meer könnte jetzt für einen Geflüchteten durchaus einen Trigger darstellen. Das finde ich einfach nochmal wichtig, wenn wir unser pädagogisches Know-how übertragen auf geflüchtete Kinder. Jetzt würde ich gerne Ihnen ein paar Originalzitate von Geflüchteten genau zu der Corona-Pandemie vorstellen. Das sind wirklich Zitate, die mir persönlich begegnet sind. Und ich finde, die Vielzahl dieser Perspektiven ist tatsächlich eine Bereicherung. Ich habe keine Angst vor Corona. Viel Schlimmeres habe ich hinter mir. Ich bin jung. Das ist eine Krankheit der alten Weißen. Das war tatsächlich eine Einstellung, die mir sehr häufig zu Beginn der Pandemie begegnet ist. Und nach wie vor ist es Gott sei Dank so, dass auch in den Gemeinschaftsunterkünften in Deutschland es recht wenig tödliche Verläufe gab. Was tatsächlich damit zu tun hat, dass viele der Geflüchteten eben nicht das kritische Alter von älter als 70 überschreiten, wenn sie nach Deutschland kommen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch schwierige Verläufe. Und insbesondere hat sich diese Einstellung auch nochmal verändert im Verlauf der Pandemie. Einfach, weil die Todesraten in den verschiedenen Herkunftsländern und insofern auch in den Familien unserer Kollegen und Kolleginnen, aber auch der geflüchteten Klientinnen anstiegen. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die selber aus dem Kongo stammt. Und sie alleine hat vier ihrer Familienangehörigen während der Pandemie durch Corona verloren im Kongo. Das bedeutet, diese Einstellung hat sich durchaus auch nochmal verschoben im Verlauf der Pandemie. Das ist jetzt wirklich ein Statement, ich glaube, von April letzten Jahres. Natürlich habe ich Angst, aber mehr Angst habe ich um meine Schwester und ihren Mann. Sie sind in einem Flüchtlingslager in der Türkei. Wie sollen sie sich dort schützen? Es gibt keine Chance. Was macht es da, wenn ich hier keine Maske habe? Das ist im Vergleich nichts. Aber ich habe Angst vor meiner Abschiebung. Ich erreiche niemanden. Meine Behörde hat geschlossen, mein Arbeitgeber hat alle in den Urlaub geschickt. Wenn ich die Arbeit verliere, werde ich abgeschoben. Meinen Anwalt erreiche ich nur am Telefon, aber keiner versteht mich am Telefon. Wo sind alle? Das war wirklich ganz dramatisch tatsächlich, das Wegfallen der Hilfsstrukturen oder die nur telefonisch erreichbar sind. Wenn dann zum Beispiel ein Geflüchteter in Quarantäne ist und er hat plötzlich keine geladene SIM-Karte mehr, er kann nicht mehr telefonieren, ist das ein Riesenproblem. Und am Anfang gab es keine Strukturen, die das mitbedacht haben. Genauso ist es natürlich ein Problem, wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, Sie würden auf einer Zweit- oder Drittsprache telefonieren müssen und ganz wichtige Dinge klären müssen. Hier ist alles gut organisiert, ich kann mich schützen, aber die Nachrichten aus der Heimat rauben mir den Schlaf. Alle meine Verwandten in Kabul sind nun infiziert, aber dort gibt es sowieso keine funktionierenden Krankenhäuser. Was wird aus ihnen werden? Das waren wirklich auch ganz dramatische Verläufe Menschen. Ich esse viel Knoblauch und Alkohol sollen helfen. Viel Alkohol, das schützt mich sicher. Das sind dann so Gerüchte, die auftauchen, die natürlich in keiner Weise zutreffen und wo wir zum Beispiel auch in den niedrigschwelligen Angeboten, die wir machen, sehr, sehr viel Aufklärung leisten. Meine Eltern in Bangladesch sind beide infiziert. Ich kann ihnen nicht helfen, das macht mich verrückt. Sie sind ja beide alt und krank. Werden wir uns jemals wiedersehen? Ich muss mein Schicksal akzeptieren, aber wenn ich mit ihnen telefoniere, geht es mir sehr schlecht. Wir sind getrennt. Das war tatsächlich auch nochmal eine ganz besondere Belastung für viele, die es nach Deutschland geschafft haben. Das ist jetzt ein hochqualifizierter Intellektueller aus Bangladesch. Den Eltern geht es vergleichsweise gut, also materiell sind sie in einer sehr guten Situation. Nichtsdestotrotz gibt es wenig Hilfsmöglichkeiten und es war enorm schwierig für ihnen das auszuhalten. Beide leben im Moment noch, aber es geht ihnen zunehmend schlechter. In den engen Fluren bei uns gibt es keine Distanz. Wenn ich die Hände waschen will, muss ich zwei Türen öffnen und einen langen Flur queren. Und wenn am Hotspot endlich WLAN da ist, wollen alle die Neuigkeiten aus der Heimat erfahren. Es ist einfach total unrealistisch, was überall aushängt. Das hat uns zeitweise auch wirklich sehr geärgert, dass es so standardisierte Tipps gab, die in den Gemeinschaftsunterkünften überhaupt nicht funktionieren. Was ist denn zu Hause? Also wenn sie zu Hause sind, dann waschen sie sich die Hände. Wenn da sechs Menschen auf einem Raum sind und es ist kalt und das Fenster ist geschlossen. Wenn da kein Waschbecken ist, wenn erstmal diese ganzen Türen durchquert werden müssen. Also unterm Strich muss man wirklich sagen, Gemeinschaftsunterkünfte mit vielen hundert Menschen, selbst wenn sie nur zu 60 Prozent belegt sind, sind eigentlich überhaupt nicht pandemietauglich. Die Flure sind zu eng, die Gemeinschaftsbäder und Gemeinschaftsküchen sind einfach wirklich ein riesengroßes Problem. Wir versuchen da zum Beispiel die Landesregierung auch zu beraten und es gibt da vieles an Anstrengungen vor Ort. Aber im Prinzip muss man sagen, Gemeinschaftsunterkünfte sind ein großes Gefährdungspotenzial. Zusammenfassend können wir feststellen, der Umgang mit der Pandemie und auch die Belastung mit der Pandemie ist ganz klar abhängig von der Wohnsituation der Geflüchteten. Lebt eine Familie in einer eigenen Wohnung, in einer deutschen Kommune beispielsweise, dann ist vieles an Regeln, die ja für alle anderen Familien in Deutschland auch gilt, auch dort umsetzbar mit einer eigenen Küche, einem eigenen Badezimmer. Ist es dagegen eine Gemeinschaftsunterkunft, wird es ungleich schwieriger. Wie sind die kommunalen Unterstützungen und Strukturen vor Ort? Gibt es Beratungsstellen? Gibt es Unterstützung? Gibt es die pädagogischen Fachkräfte wie Sie, die sich besonders auf die Zielgruppe einstellen? Oder gibt es vielleicht auch ein Gesundheitsamt, was sehr schnell sich gezwungen sieht, eine Vollquarantäne auszurufen? Und das sind sehr belastende Situationen an der Gemeinschaftsunterkunft. Hier in Düsseldorf wurde beispielsweise direkt versucht, die Infizierten aus der Unterkunft herauszunehmen und diejenigen dann getrennt unterzubringen und da eben zu unterstützen. Was bedeutete, dass der Rest der Unterkunft, außer denen die Kontaktperson 1 waren, relativ normal weiter funktionieren konnte. Wir haben aber gerade zu Beginn der Pandemie wirklich erlebt, wie aufgrund von wenigen Infizierten wirklich 160 Menschen unter Vollquarantäne gestellt worden sind, ohne dass die Strukturen da sind, um zu unterstützen. Der Zeitpunkt ist natürlich relevant. Wir alle haben viel gelernt über Aerosole und die Pandemie und wie ich das eben beschrieben habe, am Beispiel der afrikanischen Herkunftsländer hat sich dann natürlich auch viel verändert im Verlaufe des mehr als ein Jahres globaler Pandemie. Und hinzu kommen die biografischen Erfahrungen aus der Heimat. Wenn zum Beispiel ein Klient schon Erfahrungen gemacht hat mit der Ebola-Pandemie in seiner Heimat, dann sind da natürlich extreme Ängste vorhanden, weil Ebola nochmal ungleich tödlicher verlaufen ist und sehr, sehr schwierig war. Aber es kann auch sein, dass ihn bestimmte Situationen besonders triggern. Auch der Umgang mit Erkrankungen. Die Frage, hat ein Mensch überhaupt Zugang zu verlässlichen Informationen oder gibt es da sehr viel Fehlinformationen? Das ist übrigens etwas, was die Geflüchteten genauso teilen mit der deutschen Mehrheitsbevölkerung. Es gibt da eben sehr, sehr viel Fehlinformationen, die eben dann auch dazu führt, vielleicht zu wenig Sorge zu haben oder sich Lösungsstrategien zu überlegen, die überhaupt nicht weiterhelfen und dann auch in Konflikt zu geraten möglicherweise. Schauen wir auf die spezifischen Belastungsfaktoren bei Geflüchteten. Während der Pandemie sind geflüchtete Familien nochmal stärker belastet gewesen im Vergleich jetzt zu Mehrheitsangehörigen mit sicherem Aufenthalt in Deutschland. Aufgrund der Sorgen um die Familienangehörigen in der Heimat und Exil. Ich möchte es einfach nochmal skizzieren. Auch unsere ganzen Kolleginnen, die eigene Migrationsgeschichte mitbringen, haben Verwandte verloren, beispielsweise im Irak, im Iran, aus den Philippinen geflohen, nach Singapur etc. Zum Teil auch in sehr gesicherten finanziellen Verhältnissen und trotzdem waren die Bedingungen vor Ort so, dass sich das Virus extrem schnell ausgebreitet hat. Auch in Deutschland hatten wir Todeszahlen, aber das hat sich zum Beispiel jetzt konkret in unserem Kolleginnen-Team nicht so ausgedrückt. Eine meiner Kolleginnen musste nach Armenien beispielsweise, um ihre kranke Mutter zu pflegen. In der Zeit ist sowohl die Mutter als auch sie selber erkrankt am Coronavirus. Wurden komplett isoliert und sie hat überhaupt keine Möglichkeit gehabt, eine ärztliche Unterstützung hinzuzurufen und dachte wirklich, dass ihre Mutter sterben könnte. Also das war eine Situation, wo, wenn mir das so geschildert wird, ich immer wieder bemerke, wie extrem gut unser Gesundheitswesen hier aufgestellt ist und bei allem Ärger über das Management der Pandemie war das in den Herkunftsländern der Geflüchteten, unserer Klientinnen und auch unserer Kolleginnen ungleich schwieriger. Dazu kommt die Angst vor Abschiebung und die Zeugenschaft von Abschiebungen. Wir müssen leider festhalten, dass die Abschiebungen, abgesehen von ungefähr sechs Wochen Aussetzung der Abschiebungen im Frühjahr letzten Jahres, einfach weitergeführt worden sind. Und gerade in den großen Gemeinschaftsunterkünften werden Kinder dann Zeuginnen von Abschiebungen. Das ist meistens ganz früh morgens, in der Regel mit Polizeieinsatz. Es kann auch sein, dass Hunde eingesetzt werden und das ist eine sehr schwierige Situation. In den Landesunterkünften ist es auch so, dass es sozusagen nach einer ersten Aufnahme kommen die Geflüchteten in Landesunterkünfte und werden erst dann in die Kommunen verteilt, wenn es entweder einen positiven Asylbescheid gibt oder wenn sie zu einer Gruppe gehören, die relativ gute Chancen haben tatsächlich auf einen positiven Bescheid. Und in diesen Landesunterkünften, das ist fast bundesweit einheitlich, ist der Besuch einer Regelschule für Kinder nicht vorgesehen. Es gibt eine Art Ersatz, also es gibt sozusagen Lehrer und Lehrerinnen, die vor Ort so eine Art Schulmaßnahme anbieten, aber es entspricht in keiner Weise natürlich der Regelschule. Und auch dies wurde zum Teil eben nicht mehr durchgeführt und musste ausgesetzt werden aufgrund der Pandemie. Die beengten Wohnverhältnisse in Gemeinschaftsunterkünften sind einfach ein zusätzlicher Stressor. Wenn beispielsweise die Eltern sowieso gestresst sind und dazu kommen dann noch Konflikte zu den Nachbarn über einem oder auf dem gemeinsamen Flur, dann ist das insgesamt nochmal eine zusätzliche Belastung. Die finanzielle Situation ist in der Regel natürlich prekär. Es gab zum Beispiel zu Beginn die große Diskussion, wer muss denn Desinfektionsmittel bezahlen und die Masken? Und es wurden dann vielleicht auch zu wenig Masken und zu wenig Desinfektionsmittel ausgeteilt. Das bedeutet, dass alles ist natürlich viel besser als in den Herkunftsländern. Und ich habe auch von vielen Geflüchteten eine große Anerkennung erlebt und viele, die sagten, ich bin so froh, in dieser Situation hier zu sein. Aber nichtsdestotrotz war das aus unserer Sicht der Hilfsorganisation zum Teil unzureichend. Schwierig ist natürlich auch, wenn Sie sich so eine Großfamilie vorstellen. Also sehr viele der Geflüchtetenfamilien sind orientiert in Bezug auf eine Großfamilie. Da leben dann vielleicht Großeltern gemeinsam mit ihren Söhnen, gemeinsam mit deren Frauen und deren Kindern gemeinsam oder in einer großen Nähe zueinander. Und es gibt sehr enge Vertrauensverhältnisse und tägliche Kontakte. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind eine sehr strenge Mutter hat, aber eine enorm liebevolle Tante, die das wieder ausgleichen kann. Und wenn dann aber die Großfamilie auseinandergerissen wurde und die Kleinfamilie auf sich zurückgeworfen wird und vielleicht sogar noch in einem Raum miteinander auskommen muss, dann kann das natürlich ganz viel durcheinanderbringen, was es an Mechanismen gab und was im System der Familie eigentlich auch gut funktioniert hat. Es kommt dann in der Regel auch zu Rollenkonflikten innerhalb der Familie. Also es gibt in der Regel einen der Elternteile, die schneller Deutsch lernen. Es ist tatsächlich häufiger die Frau, nicht immer, aber doch häufiger. Und auch die Kinder lernen natürlich relativ schnell die deutsche Sprache und sind dann ganz oft sozusagen gezwungen, in Übersetzungsleistungen zu gehen. An der Stelle, das werde ich Ihnen ganz zum Schluss auch nochmal mit ans Herz legen, ist es ganz wichtig, dass Kinder niemals übersetzen müssen für ihre Eltern. Es ist natürlich unkompliziert, wenn es vielleicht nur um Essensmarken geht in der Kantine oder um die Frage, wann etwas geöffnet ist. Aber auch da gerät etwas in Disbalance, wo die Eltern ja diejenigen sind, die den Kindern Orientierung geben. Also sobald es auch um pädagogische Maßnahmen geht, ist es extrem wichtig, dass Sprachmittlung eingezogen wird, damit die Kinder entlastet werden und nicht in diese Rollendiffusion geraten. Es gibt auch erschütternde Erfahrungen von Einsamkeit, Exklusion, auch von Diskriminierung und Rassismus. Ich glaube, dazu haben Sie schon einiges auch gehört, auch in der ersten Tagung in diesem Zyklus. Aber das ist einfach auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn geflüchtete Menschen gewohnt sind, immer in einem großfamiliären Kontext zu leben, wo niemand jemand, niemals jemand auch allein in einem Raum schläft und plötzlich sind sie auf sich alleine gestellt, dann ist das eine tatsächlich große Belastung, die ich bei extrem vielen der Klientinnen beobachte. Weniger, wenn die Kinder da sind, aber nichtsdestotrotz kann dann ein Familienvater sich einsam fühlen, weil vielleicht sein Bruder fehlt, mit dem er immer viel Kontakt hatte. Wir haben leider auch erlebt, dass im Rahmen der Pandemie der Rassismus und die Diskriminierung zugenommen haben, so im Sinne von, wir haben schon genug eigene Probleme. Ich höre übrigens die ganze Zeit ein Mikrofon. Vielleicht können Sie nochmal gucken, ob Sie wirklich alle stumm geschaltet sind, nur weil es aufgenommen wird. Vielen Dank. Das so unter dem Motto, wir haben eine schwierige Situation auch für uns und können uns jetzt nicht um die anderen kümmern. Daraus resultierte, dass erstmal auch viele der Geflüchteten mehr Rassismus tatsächlich erleben mussten. Und Stress und hohe psychische Belastung der Familienangehörigen, das wurde auch von der AOK-Studie 2018 nochmal festgehalten. Ich möchte da aus Zeitgründen nicht näher darauf eingehen, aber das ist wirklich nochmal eine Objektivierung. Und Sie finden das nochmal unter diesem Link auch im Internet. Sie erhalten ja auch die Folien gerne. Eine weitere große Belastung war der Verlust der Arbeitsplätze. Die meisten Geflüchteten arbeiten in eher prekären Arbeitsfeldern und insbesondere dort, zum Beispiel Gastronomie, fielen natürlich die Arbeitsplätze auch weg. Zum Teil gab es Kurzarbeit, zum Teil gab es Kurzarbeitsverträge, aber die Arbeitgeber verlangten eigentlich, dass jemand weiterhin Vollzeit da ist. Und es ist so, dass wenn dann Integrationsleistungen wegfallen, also der Geflüchtete kann nicht nachweisen, dass er sich bemüht hat oder verliert seinen Arbeitsplatz, dann hat das auch Konsequenzen auf die Verschlechterung des Aufenthaltsstatus. Also darauf wurde relativ wenig Rücksicht genommen. Viele Kurse, Integrationskurse, Sprachkurse, Freizeitangebote fanden natürlich nicht statt und Digitalisierung und WLAN sind überhaupt nicht überall verfügbar. Also das ist eine andauernde Diskussion, dass in den Gemeinschaftsunterkünften WLAN vorhanden sein muss, was nicht der Fall ist und was natürlich nicht nur für die Integrationsangebote wichtig ist, sondern alleine auch, damit ein Mensch den Kopf frei hat, weil er weiß, meine Angehörigen in Äthiopien haben den gestrigen Tag überlebt, beispielsweise. Nur dann kann ein Mensch sich auch konzentrieren. Beratungsstellen und Rechtsanwälte waren eben wesentlich schlechter erreichbar und gleichzeitig laufen laut Pro Asyl die Abschiebungen mehr oder weniger auf Normalbetrieb. Das bedeutet, diese existenzielle Bedrohung, die hat sich nochmal zugespitzt in der Zeit. Mehmet Kilic, der ist Vorsitzender des Bundeszuwanderungsintegrationsrates, BZI, sagt zum Beispiel, Flüchtlinge sind die Gruppen, die am meisten unter Corona leiden und gleichzeitig in Vergessenheit geraten sind. Und Yvonne Giesing vom IFO-Institut in München stellte fest, durch die befristeten Verträge und die Zeitarbeit sind Geflüchtete und Migranten oft die Ersten, die ihre Arbeit verlieren. Und laut der Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit bei Geflüchteten 2020 überproportional angestiegen. Ich würde gerne einen kleinen Exkurs einschieben. Ich sehe jetzt leider nicht ihre Gesichter, ob sie müde sind, ob sie ganz aktiv dabei sind, aber ich hoffe, das ist in ihrem Sinne. Aber das wäre mir nochmal ein großes Anliegen, wenn sie auf Eltern treffen, die extrem übermüdet, schreckhaft, abwesend wirken, zeitweise auch wie abgeschaltet, die extreme Ängste um ihre Kinder haben. Beispielsweise, indem sie quasi gar nicht zu bewegen sind, die Kita zu verlassen oder die ganze Zeit am Zaun stehen, falls sie depressives Rückzugsverhalten zeigen und starke Stimmungsschwankungen und große Kommunikationsprobleme. Bitte wundern Sie sich nicht. Das kann damit zu tun haben, dass die Eltern tatsächlich traumatisch belastet sind. Und der Zugang der Geflüchteten generell zu traumaspezifischen Beratungsangeboten wie unserer ist in Deutschland erschwert. Wir haben zwar ein großes Beratungsangebot, auch bundesweit, aber es ist in keiner Weise bedarfsdeckend. Und wenn es daher zu Kommunikationsproblemen mit geflüchteten Familien kommt, dann kann es sehr gut daran liegen, dass es Sprachbarrieren gibt, dass die psychischen Belastungen durch die Fluchterfahrungen oder durch die belastende Lebenssituation in Deutschland vorhanden sind. Und an dritter Stelle kann es auch an abweichenden Erziehungsvorstellungen liegen. Aber in der Regel kann man erst mal sich um eins und zwei kümmern, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Wenn beispielsweise ein Kind beim Wechsel der Boote auf dem Mittelmeer ertrunken ist und das jüngere Geschwisterchen überlebt hat und die Eltern überlebt haben, die Eltern sich aber vielleicht untereinander große Vorwürfe machen, weil vielleicht der Vater sagte, wir müssen fliehen, der Krieg kommt näher. Und die Mutter sagte, ja, aber es ist zu gefährlich. Ich möchte nicht, dass wir uns in diese Lebensgefahr begeben und sich schließlich aber gefügt hat in den Vorschlag des Mannes. Dann kann es sehr gut sein, dass in so einer Situation der Ehemann sich enorme Vorwürfe macht und vielleicht depressiv, suizidal, alkoholsüchtig wird, während die Mutter sich umso mehr an ihr überlebendes Kind klammert. Und bevor ich das nicht weiß, kann ich das vielleicht auch schlecht nachvollziehen, warum die Mutter dermaßen an ihrem Kind klebt und dem Kind dadurch auch nicht ermöglicht, in die Gruppe gut integriert zu werden. Je mehr ich dann die Mutter bedränge, das zu tun und Regeln einzuhalten, umso stärker wird sie klammern. Und es wäre an der Stelle einfach wichtig, ein bisschen locker zu lassen und nichtsdestotrotz am Ziel festzuhalten, dass das Kind natürlich zu seinem Recht kommt und tatsächlich sich gut integrieren kann in die Gruppe, aber möglicherweise mit mehr Signalen von Freundlichkeit und Verständnis. Ein kurzes Beispiel, es gab beispielsweise eine kommunale Unterkunft zu Beginn der Pandemie, wo dann quasi dreimal getestet wurde und jedes Mal kamen wieder natürlich neue positiv Getestete heraus. Und insgesamt waren dann wirklich die Hälfte der BewohnerInnen tatsächlich positiv identifiziert und infiziert mit dem Virus. Gott sei Dank wenig gravierende Verläufe. Aber es kam dann zu Situationen, wo die Gruppe aufgeteilt wurde. Einer unserer Klienten befand sich darunter und er hatte eben im Bezug auf Bürgerkrieg bereits Selektionen erlebt, dass also die älteren Männer von den jüngeren Männern getrennt worden sind und die einen wurden exekutiert, die anderen durften überleben. Diese Situationen, wo einfach auch Gesundheitskräfte vor Ort vielleicht sogar mit Polizeieinsatz schnell agieren mussten, bewirkten zum Teil bei einigen der Klientinnen einen enormen Angstanstieg durch die Erinnerung, die sie eben an traumatische Situationen haben. Das ist jetzt ein Beispiel mit jungen Männern, die in der Regel kinderlos waren, aber einige von ihnen waren noch minderjährig. Genauso gut kann das aber eine Unterkunft betreffen mit Familien, mit Kindern. Also das einfach schnell selektiert werden muss. Wer gehört zu welcher Gruppe? Wer gehört zu welcher Kohorte? Und auch das kann je, wie soll ich sagen, je deutlicher der rechtsstaatliche, die rechtsstaatliche Machtdemonstration an der Stelle ausgeführt wird, beispielsweise mit Zäuden, beispielsweise mit Polizeieinsatz, desto größer ist oft das Arousal, die Sorge, die Angst und die Erregung. Die Konflikte entstanden zum Beispiel in den Gemeinschaftsunterkünften eben genau an diesen Punkten, das Durchsetzen von Quarantänemaßnahmen und räumlicher Trennung, ein Umzug ohne verständliche Kommunikation, ein Unverständnis, aber auch über Infektionen und Erkrankungen, Behandlungen und Ansteckungswege. Gerade letzte Woche war eine junge Mutter hier bei mir, alleinerziehend mit einer vierjährigen Tochter. Die vierjährige Tochter, so wie ich das eben beschrieben habe, ist so ganz überangepasst, extrem freundlich, versucht die Depressionen der Mutter an der Stelle auszugleichen, spricht recht gut Deutsch schon für ihr zartes Alter. Die Mutter hingegen ist enorm verzweifelt, was auch damit zu tun hat, dass sie ihren älteren Sohn nicht hat mitnehmen können und der Vater bei der Kinder sich immer noch im Gefängnis befindet. Hier gab es eine Quarantänemaßnahme, die die Klientin nicht verstehen konnte. Man muss dazu sagen, sie spricht eine eher seltene Sprache und es war sehr schwierig für sie, das wirklich nachzuvollziehen. Aber das sind enorme Belastungssituationen, zum Beispiel auch für Alleinerziehende. Das ist vielleicht eher für Sie nochmal zum Nachlesen, wer da Interesse hat. Es gibt also eine sehr gute Zusammenfassung vom Mai letzten Jahres, wo es nochmal darum geht, was wissen wir über Covid-19 und wie müssten Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete eigentlich aussehen. Und dazu gab es also aus wissenschaftlicher Sicht ganz klare Empfehlungen, nämlich generell gibt es eine ganz hohe, hohes Risiko für Infektion. Kollektivquarantäne ist dringend zu vermeiden. Also alle Maßnahmen sollten darauf hinauslaufen, dass es immer nur Teilquarantäne gibt vor Ort und grundsätzlich sollten Geflüchtete eher in dezentralen kleinen Wohneinheiten untergebracht werden. Und ich möchte nochmal betonen, zwar fallen die Zahlen im Moment, aber solange wir nicht globale Strategien gefunden haben für eine gerechte Verteilung der Impfstoffe und auch für einen guten Zugang zu Informationen, wird insbesondere bei dem Thema Migration und Flucht diese Pandemie natürlich auch immer wieder aufflackern. Es gibt Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut. Das war ein großes Gerangel letztes Jahr im Juli. Das Robert-Koch-Institut muss sich natürlich abstimmen mit den verschiedenen Ministerien und die Empfehlungen waren da zunächst sozusagen zu klar. Insofern wurden die nochmal abgeschwächt. Es war eine Zeit lang sogar unklar, ob Robert-Koch-Institut überhaupt veröffentlichen würde, aber sie haben sich dazu durchgerungen. Das ist auch gut so. Und da gibt es also ganz, ganz klare Vorgaben, wie eigentlich in Gemeinschaftsunterkünften mit der Corona-Pandemie umzugehen ist. Das sind Empfehlungen, also beispielsweise das Integrationsministerium in Nordrhein-Westfalen versucht da ganz viel umzusetzen, aber es ist tatsächlich sehr schwierig, in Gemeinschaftsunterkünften mit den vorgegebenen Stellenschlüsse das wirklich umzusetzen. Insbesondere wird wenig geschaut, wer ist tatsächlich beispielsweise traumatisiert, wer ist ein Folter- oder Gewaltopfer, wer ist vielleicht auch suchtkrank und kann daher in der Quarantäne sozusagen das Ganze auch gar nicht aushalten, ohne dass es zu einer Eskalation kommt. Dass das wirklich systematisch zu Beginn gut festgestellt wird, das ist bisher noch nicht gut umgesetzt. Und wir wissen von vielen sehr schwierigen Situationen auch in anderen Bundesländern. Also zusammenfassend entstehen bei Geflüchteten psychische Belastungen während der Corona-Pandemie aufgrund eben der spezifischen Trigger. Wir haben das hier auch zu Beginn im PSZ gemerkt, dass wenn wir Masken getragen haben, viele der Klientinnen, die das inzwischen schon ein bisschen gewohnt sind, sehr angespannt reagierten. Und wir haben daher von Anfang an darauf geachtet, dass wir die Personenanzahl in unseren Therapieräumen enorm verringert haben. Dadurch hatten wir weniger Therapieräume. Wir haben für absoluten Durchzug gesorgt, selbst wenn es wirklich kalt war, damit die Möglichkeit bestand, dass eben die Masken auch abgenommen werden konnten. Weil eben die meisten Übergriffe, können Sie sich vorstellen, von Maskierten erfolgt. In der Heimat zum Beispiel. Inzwischen hat sich der Punkt so ein bisschen relativiert. Es gab jetzt so viele Masken überall, dass da so eine Art Konfrontation und Habituation auch stattgefunden hat. Aber weiterhin kann es wichtig sein, in bestimmten Situationen dafür zu sorgen, dass ich auf großen Abstand gehe und dadurch auch die Maske möglicherweise abnehmen kann. Es ist manchmal zum Beispiel auch sehr schwierig, ohne Lippenlesen eine fremde Sprache zu verstehen. Vielleicht haben Sie das auch gemerkt mit den Masken. Aber auch Isolation und mangelnder Schutz für vulnerable Gruppen war wirklich ein großes Problem, dass sie insgesamt weniger Unterstützung durch Hilfsangebote erhielten. Und umso besser, dass sie sich genau um diese Gruppe auch kümmern möchten. Denn ganz ehrlich, genau diese Gruppe braucht ihre Unterstützung als pädagogische Fachkräfte. Wie gesagt, die Sorge um die Familie in der Heimat, die Sorge vor verschlechterten Lebensbedingungen und Abschiebungen und auch daraus resultierend eben die Konfliktsituation in den Gemeinschaftsunterkünften, wo möglicherweise die Quarantäne nicht gut gemanagt wurde. Aber es gibt auch spezifische Ressourcen von geflüchteten Familien. Und das möchte ich Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten. Das war übrigens auch nochmal ganz spannend bei der Abfrage unserer pädagogischen Kollegen und Kolleginnen. Die sagten, dass sie durchaus auch Familien beobachtet haben, die gesunde Familien sind, die miteinander eine gute Bindung haben, viel Wärme in der Familie und die vielleicht sonst sehr viel Rassismus und Diskriminierung erleben im Alltag, aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe zum Beispiel. Und die dann erlebten, in dem Moment, wo die Familie zusammenbleiben kann, innerhalb der Quarantäne, innerhalb des Raums oder der Wohnung, natürlich auch weniger Kontakt nach außen stattfand und daher auch weniger rassistische Erfahrungen sogar gemacht wurden in Einzelfällen. Das ist natürlich eigentlich sehr traurig, unterm Strich. Aber ich hatte zum Beispiel auch eine Klientin, die so eine ganz chronifizierte Angststörung hat und diese Angst fiel von ihr ab in dem Moment, wo die Tür zu war und alle Kinder mussten drinnen bleiben. Für die Kinder war das keine gute Situation, aber die Mutter war an der Stelle tatsächlich entspannter. Danach allerdings war ihre Angststörung noch chronifizierter, was sich für die Kinder nicht gut ausgewirkt hat. Aber es gibt tatsächlich oftmals sehr intakte familiäre Bindungen und die traumatischen Erfahrungen kommen sehr häufig von außen. Es gibt in vielen geflüchteten Familien eine enorm hohe Werteorientierung. Werte, die sein können, die Familie steht an erster Stelle oder wir sind solidarisch, wir zeigen Respekt gegenüber Älteren, wir helfen, wir fühlen uns vielleicht einer Religion verpflichtet oder die Eltern fühlen sich einer bestimmten Politik verpflichtet. Also diese Werteorientierung wird tatsächlich weitervermittelt. Es geht oft ganz viel um Verantwortungsübernahme innerhalb der Erziehung der Kinder. Und bei gesunden Familien gibt es oft enorm warmen, lebendigen und herzlichen Umgang untereinander. Selbstverständliche Ressourcen wie singen, tanzen, gemeinsam feiern und der hohe familiäre Zusammenhalt in der Großfamilie, in der Nachbarschaft spielen eine ganz wichtige Rolle in der Heimat. Es ist ein großes Glück, wenn das hier auch funktioniert. Und ganz häufig gibt es auch eine Mehrsprachigkeit. Also viele Familien bringen nicht nur eine Sprache mit, sondern vielleicht sogar zwei oder drei, wo es dann wichtig ist, mit den Eltern zu überlegen, wie kann diese Sprachenvielfalt und das Verständnis erhalten bleiben. Unterm Strich ist immer der Tipp, dass die Eltern mit ihren Kindern kommunizieren sollten in der Sprache, in der sie auch Feinheiten wie Ironie und Humor und Geschichten erzählen können. Auf keinen Fall Radebrechen auf Deutsch. Das sollen die Kinder dann lieber in einem deutschen Institution lernen. Noch ganz kurz ein Fallbeispiel zu den Ressourcen wie singen und tanzen. Ich erinnere mich an eine tschetschenische Familie, die wirklich unter dem Zweiten Tschetschenienkrieg enorm gelitten hat. Es gab viele Todesopfer im nahen Umfeld. Beide Eltern waren schwerst traumatisiert, zwei der Töchter ebenfalls. Und die hatten sich dann in Deutschland, hatten sie von einem Nachbarn ein Keyboard geschenkt bekommen und haben tatsächlich miteinander gedichtet, gesungen und getanzt. Und während es sonst eine enorm konfliktreiche Familie war, ich war selber bei so einer Session mal bei ihnen und dachte, also diese Familie braucht ganz sicher weder Musik noch Tanztherapie. Ich bin auch Tanztherapeutin. Da ist also ganz, ganz viel oft auch an Kreativität, wie damit umzugehen ist, wenn die Möglichkeiten vorhanden sind. Ein paar Zitate, die das vielleicht nochmal illustrieren. Von Geflüchteten über Familien. Die Deutschen planen ja alles sogar Schwangerschaften, aber so wird das nichts. Das war eine Frau, die auch unter sehr schwierigen Bedingungen tatsächlich Kinder zur Welt gebracht hatte. Dann immer wieder eine große Irritation über die Rolle der Hunde in Deutschland, wo oft beobachtet wird von Geflüchteten, wieso sind so wenig Kinder im Alltag, wieso kümmern sich Kinder zu wenig um Tanten und Großeltern und wieso werden Hunde in Kinderwagen gesetzt und so behandelt, als wären das die wertvollsten Familienangehörigen. Oder auch eine Irritation von einer Klientin, die sagte, heute habe ich gesehen, wie ein kleines Kind, ungefähr ein Jahr alt, ihrer Mutter oder seiner Mutter ins Gesicht geschlagen hat und die Mutter hat gelächelt. Kein Wunder, dass die Kinder hier so umgezogen sind. Ich verstehe das nicht. Ein Kind muss doch seine Mutter respektieren und die Mutter muss ihm das beibringen, oder? Nur, dass sie nochmal ein bisschen mehr von den Zitaten und den Perspektiven vielleicht mitbringen. Ich freue mich gleich auf den Austausch mit Ihnen. Abschließende Tipps für Ihre Praxis. Sie kennen sicherlich diese Studie von Joscha Kärntner. Unten ist auch nochmal Literaturhinweise. Ich finde sie ganz wunderbar. Ich werde darauf jetzt nicht näher eingehen. Aber das Wichtige ist wirklich, nicht das eigene zur Norm zu setzen, sondern die Unterschiede, die ich wahrnehme, zu versuchen, erstmal nicht zu bewerten. Ich kenne vielleicht die Ursache nicht für die Unterschiede. Beispielsweise von einer Mutter, die nicht in der Lage ist, das Kind in der Kita alleine zu lassen. Und möglicherweise ist auch das eigene, das, was ich festsetze als Norm, nicht immer das Richtige für jede Familie. Dafür brauche ich eben diese Sprachverständigung, um das gut erfassen zu können. Das ist fast das Wichtigste. Davon auszugehen, das tun sie in ihrer pädagogischen Arbeit zu 100 Prozent. Ich bin mir ganz sicher. Alle Eltern möchten das Beste für ihre Kinder. Unterschiede könnten aber bestehen in, was sind die Erziehungsziele? Was ist das Beste, was erreicht werden soll? Es hilft manchmal der Perspektivwechsel, also empathisch zu bleiben, auch bei Eltern, die hartnäckig nicht das tun, was sie und ich für das Beste halte. Und trotzdem dran zu bleiben, also nicht das Ziel aufzugeben für die Kinder, aber nochmal zu versuchen, die Wertschätzung auszudrücken. Zum Beispiel zu sagen, ich finde es wunderbar, dass sie das geschafft haben, diesen schwierigen Fluchtweg zu bewältigen. Dass es ihr ältester Sohn auf die Schule hier geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch. Also ganz viel Betonen dessen, was geschafft wurde, diese Validierung. Das erleben geflüchtete Eltern extrem wenig. Sie erleben sehr häufig, dass sie konfrontiert werden mit den Defiziten ihrer Erziehung und mit den Defiziten ihrer Kinder. Und je mehr sie ihre positive Wertschätzung an der Stelle ausdrücken, umso mehr bekommen sie die Eltern auf ihre Seite, um das zu erreichen, was für die Kinder wirklich wichtig ist. Kurzum, wenn sie vor Ort sind, wenn sie die Familien aufsuchen, ist das was sehr, sehr Positives. Also gehen sie, wenn es geht, irgendwie in die Familien, versuchen sie da Kontakt aufzunehmen und nehmen sie sich, wenn möglich, die Zeit. Zeit ist immer ein Problem, wir haben alle zu wenig Zeit, aber das ist wirklich das, was ein Eisbrecher ist. Wärme und Freundlichkeit ausstrahlen, auch wenn wir sehr viel zu tun haben und erst recht, wenn wir Maske tragen. Das sind zwei meiner Kolleginnen, Johannes auf der linken und Natschmi auf der rechten Seite. Und Johannes zum Beispiel sagte einmal hier im PSZ, er würde das so genießen, wenn er hierher kommt und er sieht über der Maske, dass die Augen lächeln. Das wird ihm so gut tun, weil sowieso wenig gelächelt wird. In der Pandemie gab es vielleicht auch noch mal weniger Gründe, als sonst zu lächeln. Und das sind wirklich, tatsächlich ist es was ganz Einfaches, aber zu versuchen, das innere Licht anzuknipsen und das auf dem Gesicht nochmal deutlich verbreiten zu lassen, hilft enorm bei der Kontaktaufnahme mit Geflüchteten. Stellen Sie sich selber vor und versuchen Sie vor allen Dingen viel zuzuhören und viel zu verstehen. Dafür braucht man eben diese Sprachmittlung. Und es ist häufig wichtig, und das werden Sie tun, nochmal zu erklären, was ist eine Kita, was ist eine pädagogische Fachkraft, wozu gibt es Kitas. Wenn Sie zum Beispiel daran andocken, dass Sie sagen, Sie möchten sicherlich, dass Ihr Kind eine erfolgreiche Bildung durchläuft hier in Deutschland. und dazu ist das da, damit die Kinder das möglichst früh lernen. Das Vorurteil vieler geflüchteter Eltern ist, die wollen mir mein Kind wegnehmen. Ich bin nicht gut in der Erziehung für mein Kind. Also das ist eine tiefsitzende Angst und viele Gerüchte, die dahinter stecken. Und das muss entkräftet werden. Und bei allen Interventionen, die ich plane, seien Sie bitte achtsam für traumaspezifische Trigger. Nachtwanderungen werden in der Regel nicht besonders geschätzt. Genauso wenig eben wie Wald, Wasser und Meer, aber auch Silvesterböller. Also dieses Krachmachen mit Böllern ist etwas, was möglicherweise an Kriegsereignisse erinnern kann. Ich würde auch in allen Gruppen, beispielsweise, wenn ich jetzt auch an Schulgruppen denke oder an Kindergarten, immer vorsichtig sein, nationale Herkünfte zu betonen. Denn häufig verbinden die geflüchteten Familien nicht immer etwas Positives mit ihrer Heimat. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was die Fluchtauslöser waren. Aber es ist eher zu empfehlen, die Sprachmittlung in der Elternarbeit in den Fokus zu rücken, die sprachliche Vielfalt in einer Gruppe der Kinder zu berücksichtigen und die Diversität im eigenen Team möglichst zu erhöhen. Also je mehr Kolleginnen ich im Team habe mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten, unterschiedlichen Religionen, Sprachen und Hautfarben, umso mehr werden Dinge selbstverständlich, eben auch die eigene Praxis nochmal zu hinterfragen. Und wichtig wäre nochmal diverses Spielzeug. Also erkennen sich die Kinder wieder oder habe ich beispielsweise nur hellhäutige Puppen zur Auswahl? Jetzt freue ich mich sehr auf den Austausch und die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau von Kölk. Auch während des Vortrags, als Sie gefragt haben, ob noch alles geht, kamen sehr viele Rückmeldungen, dass das sehr praxbezogen und sehr hilfreich ist auf jeden Fall von Ihrer Seite. Wir haben Sie bewusst gebeten, ja auch so aktuelle Erfahrungen zu berichten. Sie haben trotzdem uns ja mit den Ressourcen am Ende auch so ein bisschen aufgezeigt, was für Möglichkeiten es gibt. Ich habe im Chat auf jeden Fall schon zwei Fragen gefunden, die ich direkt weitergeben würde. Müssen Sie gucken, ob Sie dazu was sagen können? Und zwar kam einmal die Frage bei den Gemeinschaftsunterkünften. Sie haben ja gesagt auch schon, dass Sie vor allem mit den Erwachsenenmenschen dort zu tun haben. Haben Sie den Eindruck oder können Sie Dinge nochmal schildern, wie es den Kindern in diesen Unterkünften gehen? Das ist tatsächlich extrem unterschiedlich, je nach Unterkunft. Also es gibt manche Unterkünfte, die haben die Möglichkeit, Innenhöfe zum Beispiel zu gestalten, sodass die Kinder immer die Chance hatten, auch rauszukommen. Oder es gab getrennt nach Kohorten die Möglichkeit für Kinder, eben auch die Spielgruppe zu besuchen. Es gab aber andere Unterkünfte, wo überhaupt kein ehrenamtliches Engagement mehr stattgefunden hat, wo vielleicht auch die Angestellten selber zu Risikogruppen gehörten und schlichtweg gar nicht vor Ort waren. Das heißt, das ist wirklich, es changiert tatsächlich von eine gute Situation mit besonders viel Unterstützung bis hin zu völliges Zurückgeworfensein, auf im Raum verbleiben mit den Eltern. Und da kriegen natürlich alle miteinander irgendwann auch wirklich einfach nur die Krise. Das war wirklich sehr unterschiedlich und ist nach wie vor sehr unterschiedlich. Und weiterhin beobachten wir da auch gegenläufige Tendenzen, um die Pandemie und die Inzidenzen niedrig zu halten, wäre eine strikte Kohortentrennung wichtig in den Gemeinschaftsunterkünften. Zum Beispiel einen Flur, ja, mit 20 Personen, dass die immer gemeinsam auch in die Kantine gehen und dort essen und dass nur die Kinder aus diesem Flur zusammenspielen. In der Realität ist das aber oft nicht umsetzbar, weil die Kinder auch so mal raus müssen und untereinander einfach so spielen. Das ist also immer schwierig, auch abzuwägen, welche Maßnahmen sind da wirklich die angemessenen. Aber es zeigt sich eben tatsächlich nochmal ähnlich wie Robert-Koch-Institut, das ja auch feststellte, oder das Factsheet der WissenschaftlerInnen, Gemeinschaftsunterkünfte sind im Prinzip nicht wirklich gut geeignet. Und gerade für die geflüchteten Kinder ist das eine enorme Belastung, wenn die nicht mehr spielen können, keine Anregungen mehr haben und der spontane Austausch untereinander nicht stattfinden kann. Oder wenn die Eltern noch gestresster sind, als sie sowieso sind, weil sie vielleicht keine Informationen aus der Heimat bekommen oder noch eingeschränkter sind in ihrer Gestaltungsmöglichkeit. Die größte Belastung allerdings auch für die Kinder sind die Abschiebungen vor Ort, die stattfinden. Also das mit anzusehen, das zu erleben, sorgt eben dafür, dass ganz real eine ständige existenzielle Angst und Bedrohung vorhanden ist. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wurde auch schon berichtet, was Sie sagten, im Chat hier jemand auch gesagt, dass viel Außen angeboten wird, also das Gelände, wenn es da ist, natürlich auch genutzt werden kann. Eine andere Frage sehe ich noch und währenddessen kann ich gerne nochmal darauf hinweisen, Sie können jetzt gerne noch Fragen in den Chat treiben, wenn Sie noch was wissen möchten. Wir schauen dann, ob wir das in der Zeit schaffen. Eine andere Frage war nochmal, der Hinweis erstmal, dass es durch diese hohen Inzidenzen teilweise schwierig war, überhaupt in die Unterkünfte zu kommen, auch gerade für Kita-Einsteigungsangebote und auch grundsätzlich so niedrigschwelligen Zugang natürlich wahnsinnig erschwert. Und da war die Frage, jetzt auch gerade aus Baden-Württemberg kam die Frage, wie können auch gerade nach dieser Zeit wieder die Zugänge gelingen? Wie findet man sozusagen wieder den Anschluss? Haben Sie da vielleicht ein paar Ideen, die Sie mit auf den Weg geben könnten? Also bei unseren niedrigschwelligen Angeboten beispielsweise haben wir versucht, dass diejenigen unserer Fachkräfte, die in die Unterkünfte gehen, als erstes geimpft wurden. Das bedeutet, da sind jetzt eigentlich inzwischen tatsächlich alle durchgeimpft und das bedeutet eine enorme Erleichterung in der alltäglichen Arbeit, in einer Unterkunft, wo nach wie vor immer wieder es zu Ausbrüchen und Quarantäne kommt. Aber da auch die Mitarbeitenden nochmal zu schützen und auch mit denen gemeinsam zu überlegen, unter welchen Bedingungen könnt ihr euch das vorstellen und wie können wir als Institution die Mitarbeitenden vor Ort das auch ermöglichen. Der nächste Schritt wäre, in Baden-Württemberg zu schauen, wer ist zuständig für die Organisation. Und es gibt da diese beiden, zwei verschiedenen Ebenen, auch in Baden-Württemberg. Es gibt die Landesunterkünfte, dafür ist die Landesregierung zuständig. Es gibt die kommunalen Gemeinschaftsunterkünfte, dafür ist die jeweilige Kommune zuständig. Mein Tipp wäre für eine Institution, die sich diese Frage stellt, direkt Kontakt aufzunehmen mit der Kommune vor Ort, um nachzufragen, wie sieht es da aus? Wir möchten wieder. In welche Richtung kann das gehen? Das sind sehr unterschiedliche kommunale Strukturen. In den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften gibt es aber oft mehr Angebote, weil eine Kommune sich eben zuständig fühlt dafür. Es sei denn, es ist eine sehr gering strukturierte, extrem ländliche Kommune mit wenig Angebot drumherum. Dann kann das auch deutlich erschwert sein. Umso wichtiger, dann auf diese Einrichtungen wieder zuzugehen. Auf Landesebene ist es oft belastender, weil eben gerade die Familien, die keine Aussicht haben auf Asyl, bis zu 24 Monaten in diesen Landesunterkünften verbleiben können. Und das ist eine wirklich extrem belastende Situation, auch für die Kinder. Das heißt, eigentlich brauchen es die Landeskünfte am allermeisten, diese Unterstützung. Und das wäre dann eben auf ihrer Landesebene, vielleicht schauen Sie da vor Ort den Flüchtlingsrat, den es vielleicht gibt, sich damit zu vernetzen und da wirklich einen Schritt nach vorne zu machen. Ich halte das für enorm wichtig, dass immer wieder von außen auch auf die Verwaltungsstrukturen dieser großen Unterkünfte Anregungen kommen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen hilfreich sein konnte. Ich sehe gerade hier noch eine Rückmeldung, genau, dass Projektsfachkräfte in der Quarantäne bei der Quarantäne Versorgung geholfen haben, Einkauf und dass das auch für die Beziehungsarbeit hilfreich gewesen ist. Das, glaube ich, kann man sich gut vorstellen. Das ist sehr nachvollziehbar, wenn die Möglichkeit natürlich besteht. Ich sehe momentan keine weitere Frage. Ich würde von meiner Seite noch eine Frage stellen. Ich fand es ja schön, dass Sie nochmal auch die Ressourcen am Ende aufgezeigt haben. Trotzdem, das können Sie sicherlich nachvollziehen, gerade die pädagogischen Fachkräfte sind ja manchmal dann doch so hin und her gerissen, die Wertschätzung zu zeigen. Ich glaube, da sind wir alle dabei. Ich glaube auch nachvollziehbar, dass man über die Wertschätzung den Kontakt herstellt, die Beziehung sichert und das Positive zu betonen, um auch Vertrauen zu gewinnen. Trotzdem ist es ja auch schwer auszuhalten für Fachkräfte, wenn sie eine sehr klare Vorstellung mit ihrer kulturellen Brille von Erziehungsvorstellungen haben, von Erziehungsidealen. Und dann auch Familien treffen, wo Sie vielleicht Dinge wahrnehmen, von denen Sie das Gefühl haben, das wäre nicht gut für das Kind. Haben Sie da vielleicht noch eine Empfehlung, wie man damit am besten umgeht, um trotzdem in Wertschätzung zu bleiben? Ich glaube, das ist immer wieder eine Herausforderung. Absolut. Also ich glaube, das ist auch wirklich eine Herausforderung, weil sozusagen bei Kindern hört der Spaß auf. Also wir sind neugierig auf fremde Musik, fremdes Essen, aber in Bezug auf Kinder gibt es da sehr klare Vorstellungen. Übrigens von allen Seiten, von den Eltern natürlich auch. Also ich glaube, es ist hilfreich, persönliche Kontakte zu pflegen, also selber Begegnungen zu haben mit Familien, die andere Erziehungen pflegen und nichtsdestotrotz glückliche Kinder haben, gesunde Kinder haben. Es gibt ja wirklich diese spannende Forschung, die nochmal zeigt, dass sozusagen auch das Bindungsverhalten von Kindern, die nach deutschen Erziehungsvorstellungen, also nach sehr autonomieorientierten Erziehungsvorstellungen groß werden, von Menschen, die kollektivistisch orientiert aufgewachsen sind, als nicht gesund empfunden wird. Also viele der geflüchteten Familien finden eben, wie gesagt, die Kinder hier tatsächlich respektlos und ungezogen und dass sie zu wenig Verantwortung übernehmen. Also diesen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Und da ist die Frage, wie schaffe ich das in meinem Alltag? Natürlich ist Fortbildung da immer nochmal eine gute Idee, gute Bücher zu lesen, aber eigentlich passiert das durch Begegnung. Und die Frage ist, wie schaffe ich in meinem beruflichen und in meinem privaten Umfeld die Möglichkeit zu Begegnungen außerhalb von meiner kleinen Blase, wo alle genau das denken, was ich auch denke. Ja, wie schaffe ich da diese Begegnung? Und sich wirklich nochmal zu hinterfragen, was bedeutet gesunde Erziehung? Was genau bedeutet das? Weil wir sind ja eigentlich zuständig dafür, dass die Kinder gesund bleiben. Wenn aber zum Beispiel auch bei einer Familie noch gar nicht klar ist, ob die in Deutschland bleiben oder ob sie auch abgeschoben werden, ist auch die Frage, wie weit sollte ich da meine Wertvorstellung überhaupt reindrücken, sage ich jetzt mal. Wir haben das in Bezug auf den Bürgerkrieg in Kosovo sehr dramatisch erlebt. Viele der kosovarischen Familien waren in Deutschland und mussten dann aber auch wieder zurückkehren. Und wir waren dann involviert in Projekte vor Ort, in Pristina, in Kosovo. Und es gab eine enorm hohe Suizidquote unter den jungen Mädchen, den 13, 14-jährigen Mädchen oder so zwischen 12 und 15, die ein paar Jahre in Deutschland waren und da dann eben genau mit allen möglichen Wertvorstellungen konfrontiert wurden und sich dann wieder zurückbefanden in einem kosovarischen Dorf und damit nicht klarkam mit der Perspektive, sie die dort dann hatten. Und dadurch wurden auch Konflikte geschaffen. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich vorzubilden, sich selbst zu reflektieren, zu gucken, wo kann ich ein Forum schaffen, wo das möglich ist, dass ich wirklich das eigene nochmal überdenken kann und da Begegnungen zu schaffen. Also die Diversität im Team ist da, glaube ich, nochmal so ein A und O. Okay, es sind noch zwei Fragen gekommen. Die eine wurde von Frau Dins-Judy schon mal etwas mitbeantwortet. Vielleicht haben Sie auch noch eine Idee. Es war die Frage, ob Sie mal Fachliteratur empfehlen können oder wollen zu den weltweiten Erziehungszielen. Vorstellungen, Frau Dins-Judy hat ja auf Ihre ehemalige Chefin hier im Nüftbe Frau Heidi Keller hingewiesen. Genau. Kinderalltag, haben Sie vielleicht noch was, was Sie empfehlen würden aktuell gerade auch? Ich habe es aus Zeitgründen Ihnen jetzt nicht weiter meine Präsentation gezeigt, aber Sie werden sehen, am Ende habe ich genau diese Literaturvorschläge eingearbeitet. Da finden Sie, also wenn Sie dann meine Folien bekommen, tatsächlich nochmal diese genauen Literaturvorschläge. Okay, dann ist also noch mehr drin, was wir gar nicht gesehen haben. Wunderbar, vielen Dank dafür. Eine letzte Frage hätte ich dann noch, die wurde auch nochmal gestellt. Sie haben mir diese Trigger angesprochen, die auch für manchmal nochmal eine gute Hilfe ist. sich bewusst zu machen, dass es ein Problem sein könnte. Und da war dann mal die Frage, ob Ihnen mitgeteilt wurde von den Personen, wenn ich es richtig verstehe, dass es ein Trigger ist für Sie? Oder ob das eher ist, dass Sie sagen, es gibt bestimmte Punkte, auf die Sie achten oder Reaktionen, auf die Sie achten, um zu erkennen, dass es möglicherweise ein Trigger für die Person sein könnte? Also jemand, jemand, der gesund ist, kann das dann sagen. Also jemand, der gesund ist, kann sagen, oh nee, ich kann Meeresrauschen nicht leiden, das erinnert mich immer an die Flucht. Jemand, der aber noch mitten in dieser Trauma-Folgestörung steckt, der wird einfach nur sehr nervös und angespannt in dem Moment. Und das waren jeweils Beispiele von Klientinnen, deren Fluchtgeschichte ich kannte und die dann berichtet haben über ihre Kinder. Beispielsweise eine Klientin, die sagte, die wollen eine Nachtwanderung machen, stellen Sie sich das vor, auf gar keinen Fall. Ich bin ja froh, dass wir nicht mehr nachts im Wald sein müssen, das war so gefährlich, es gab Übergriffe. Also diese traumatischen Situationen, die eben stattfinden während der Flucht, die übersteigen oft unseren Horizont. Und daher ist es so wichtig, sich mit diesen Fluchtrealitäten nochmal zu beschäftigen und vielleicht eher nochmal Dinge vorzuschlagen und zu sagen, gefällt Ihnen das? Und nicht einfach davon auszugehen, dass ein Waldspaziergang super ist für alle. Nein, es ist nicht super für alle. Genauso wenig wie Meeresrauschen super ist für alle. Aber indem ich es vorschlage und frage, kann ja an der Stelle auch jemand sagen, oh nein, lieber nicht, ohne sich outen zu müssen, gerade wenn die Sprachmittlung nicht so vorhanden ist. Also was, glaube ich, was fast immer unkompliziert ist, ist eine Blumenwiese und ein plätscherndes Bächlein. Also das ist fast selten wirklich ein Trigger. Aber es gibt enorm viele Trigger. Ich hatte einen Klienten, für den war sogar das Blöcken eines Schafs ein Trigger, weil er nach dem Genozid, nach dem Massaker in sein Dorf zurückkam, alle waren ermordet worden. Und es gab ein Schaf, was blöckend über die Wiese rannte und er sagte, sogar dieses Schaf war einsam. Wir beide waren die Letzten, die übrig geblieben waren. Also ich will damit nur nochmal darstellen, alles Mögliche kann ein Trigger sein. Schlagen Sie etwas vor und fragen Sie nach, ob das in Ordnung ist und erklären Sie sich. Okay, vielen Dank. Ich sehe noch eine Dame hat nochmal die Hand gehoben. Vielleicht kann sie auch nicht in den Chat schreiben. Deswegen, wenn es kein Versehen war, dann bitte ich einfach kurz Viko anzumachen und die Frage zu stellen. Ja, ich wollte eigentlich nur nochmal ergänzen als Tipp aus der Praxis. Wir hatten die Überlegung, dass Kinder natürlich sich sprachlich äußern müssen und explorieren müssen und die Kinder sprachen nicht. Und im Elterngespräch kam dann heraus, dass die Kinder mit Erwachsenen eben nicht reden, auch nicht innerhalb der Familie. Dass also die Kinder irgendwo sitzen und spielen und die Erwachsenen sich untereinander unterhalten aus dem kulturellen Hintergrund. Und dann kommen wir mit unserer Bildungspanik und sehen da sofort einen Verlust. Und unter diesem Respekt konnten wir dann anbahnen, dass die Kinder auch mit uns Erwachsenen beginnen zu sprechen, nochmal ihren Namen oder andere Namen zu sagen. Also ich finde immer nochmal wichtig, den Blick auf den kulturellen Hintergrund ins Gespräch zu kommen und auch vor allem Zeit zu geben. Also wir wollen zu schnell einen Erfolg, zu schnell eine Information, so ganz kürzlich deutsch. Ja, ich gebe Ihnen das jetzt hier und wir treffen uns dann und die und die Uhrzeit und brennen. Das geht so nicht und das haben wir aus vielen Veranstaltungen auch schon gesehen. Das braucht in anderen Ländern mehr Zeit, mehr Anbahnung, mehr Palawa sozusagen, an das ich mich als Deutsche wirklich erst gewöhnen muss. Aber das ist lernbar. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Ott. Ich kann Sie da sehr, sehr bestärken. Das sind tatsächlich oft diese regiden Respektsvorstellungen, was aber nicht bedeutet, dass gar nicht gesprochen wird oder keine Wärme da ist. Also meine Kollegin Esa Mojavajo, keiner aus Ruanda zum Beispiel, hat dann gesagt, ich setze mich nicht auf den Boden und puzzel mit meinen Kindern. Das machen die untereinander, gibt ja genug von ihnen. Also das ist der Job der Kinder untereinander. Aber abends, wenn alle zusammen zum Beispiel kuscheln, dann wird gekitzelt, dann wird erzählt, dann wird gelacht. Aber nicht im Sinne von, Menschen unterhalten sich auf einer Augenhöhe miteinander, sondern Eltern geben Anweisungen an die Kinder, Kinder spielen untereinander und es gibt aber trotzdem auf einer anderen Ebene auch sehr viel körperbezogene Wärme und spielerischen Austausch. Aber Sie haben vollkommen recht. Also ich glaube, je weniger Anweisungen geben und je mehr wir mit Augen und Mund lächeln, umso schneller kommen wir da in einen guten Kontakt und ans Ziel. Ich wollte jetzt gerne in die Pause überleiten, habe auch noch vor der Pause was zu sagen, aber ich habe eine Frage auf die Träger nochmal, die würde ich gerne vielleicht nochmal die Gelegenheit nutzen, an Sie zu stellen. Aus München kamen wir hier und zwar es gibt ja für Trägerauslöser sogenannte Notfallkoffer, also wie ich den betroffenen Personen helfen kann, wie bestimmte Gerüche, Wahrnehmungskanäle wieder beruhigen kann, aus Situationen herauszuholen. Können Sie da irgendwas dazu sagen, ob Tipps oder Infos für solche Notfallkoffern gibt oder was Sie da empfehlen würden? Ich wäre sehr vorsichtig mit standardisierten Notfallkoffern, weil möglicherweise, also beispielsweise ist es sehr sinnvoll, bestimmte Gerüche einzusetzen, aber solange ich die Fluchtgeschichte nicht kenne, könnte ich damit ja genau einen erneuten Trigger setzen. Wenn zum Beispiel jemand sich im Gras verbergen musste und aushalten musste, wie alle anderen um ihn herum ermordet wurden, aber er selber nicht und in dem Moment roch er eine bestimmte Blume im Gras, dann ist möglicherweise genau der Duft dieser Blume der beste Trigger. Ich kann also keinesfalls mit bestimmten Gegenreizen arbeiten, wenn ich die Fluchtgeschichte nicht kenne. Ich kann für einen Klienten in der Traumatherapie selber so einen Notfallkoffer schnüren, aber nicht generell. Was aber möglich ist, ist, wenn Sie merken, ein Elternteil gerät in so einer Ausnahmesituation, ist, dass Sie, wenn das zum Beispiel eine Frau ist, wenn es möglich ist, quasi den Unterarm vorsichtig berühren und bitten, aufzustehen, weil in dem Moment, wo ein Mensch aufsteht, sind alle Gelenkspindeln betroffen und geben eine Rückmeldung an das Gehirn und ermöglichen dadurch beispielsweise schon ein Stückchen mehr in die Realität zurückzukommen. Es ist sinnvoll, den Namen zu kennen und jemanden dann sehr freundlich, aber auch nicht zu leise, nicht zu zaghaft, sondern relativ konkret. Also zum Beispiel Aisha, Aisha, also direkte Ansprache, die freundlich ist, aber auch gut hörbar, jemanden anzusprechen und vielleicht selber nochmal zu sagen, ich bin Eva, du bist in Düsseldorf, hier ist alles in Ordnung und etwas zu trinken anzubieten, weil auch der Moment, wo jemand etwas trinkt, ist wieder so ein olfaktorischer Reiz auf der Zunge und unterbricht eben auch wieder das Kopftheater. Also diese Dinge sind vielleicht etwas, was generell zu empfehlen ist. Es gibt beispielsweise auch die Möglichkeit, ein Haargummi, um das Handgelenk zu haben, wenn Klientinnen wissen, das passiert häufiger und sich dann mit dem Haargummi, indem ich das so schnippe, selber so einen gewissen stärkeren Reiz zuzufügen, der auch gar nicht unbedingt angenehm ist, aber der muss stark genug sein, um mich wieder zurückzuholen. Für einen anderen ist das ein enorm unangenehmes Putzmittel oder ein starkes Fisherman Friends, was dann helfen kann. Und für andere Klienten ist das vielleicht ein Video der Kinder, die singen, wenn er noch in der Lage ist, sich dieses Video in dem Moment anzuschauen. Aber im Kontakt würde ich Ihnen eher vorschlagen, jemanden energisch, aber freundlich zurückzuholen in die Realität, etwas zu trinken, dabei zu haben, ist immer hilfreich. Ein paar Ideen kamen noch mal jetzt hier auch online, wenn wir jetzt nicht alle kommentieren. Also ganz herzlichen Dank nochmal, Frau Frank-Kolk, für den Vortrag. Ich bin mir sicher, das hat uns allen weitergeholfen, waren viele gute Ideen dabei, Pax-Bezug, insofern ich glaube, der Tag hat sich allein jetzt schon gelohnt. Ich hoffe, die Menschen bleiben trotzdem noch bei uns. Vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.